Yo Leute, was geht da? Willkommen zum Kanal OswanTV Und ja Leute, heute mache ich mal ein anderes Video und zwar War mir ein Zähmen, hat eine Langeweile, dann habe ich ihn gefragt Ja, Zähmen, schaffe ich dich zum Schwanz zu bringen? Da meinte Nein Also du meinst, ich schaffe nicht, ne? Leute, nebenbei, ich drehe noch einen Vlog Deswegen bin ich gerade neben Zähmen Und dieser Vlog wird dann bestimmt nach dem Video hochkommen Egal, wisst ihr schon, was ich meine? Nö Du gehst in dein Einkaufszentrum, ok? Und du brauchst neue Schuhe Und da ist halt Snipes und JD Und du musst dich entscheiden, wo gehst du rein? Äh, JD Ja, das sind Air Max und Dizis Welche nimmst du? Äh, Air Max Air Max, ok Du gehst zur Kasse, es gibt Rot und Blau Du musst dich eins davon entscheiden, welches nimmst du? Rot Rot Ja Junge, du kennst ihn schon, ne? Hm? Du kennst ihn schon, ne? Hm? Du kennst ihn schon, ne? Lava nicht, Junge, du kennst ihn schon Nein, ich kenn dich nicht Lava nicht, ich check's, Junge Wallah, ich kenn dich nicht Ja, geschworen, Junge Ich kenn dich nicht Das hast du gerade geschworen, Junge Ah, rasiert 10er weg Spaß Auf jeden Fall Leute Ihr könnt's ja bei anderen Leuten auch versuchen Und schreibt mal in die Kommentare Ob's bei euch geklappt hat Und ja, das war's auch schon mit dem Video Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da Abonniert meinen Kanal kostenlos Und schaltet die Glocke ein, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst Und ein Baba Vlog wird noch kommen Und ja, dann würde ich sagen Ciao, bis zum nächsten Video Ciao, allo